Und alle Informationen, die müssen wir an der Stelle noch wussten, die USA jetzt am Schwebebalken. Nur noch zwei können da ins Finale einziehen von den USA. Und auf Platz 6 liegt derzeit in der Vertus Sarah Forst. Und das heißt, es ist im Finale am Schwebebalken am Ende. Sarah Forst wird abonniert. Und heute geht es... Es ist im Finale am Schwebebalken. Es ist im Finale am Schwebebalken. Es ist im Finale am Schwebebalken.